Vor ein paar Tagen hat unser Schäfchen Verena ihren neuen Seifenschopf vorgestellt und neugierige Nase, die ich bin, musste ich natürlich gleich zwei Seifen bestellen und ich habe mir bestellt mein Glücksmoment mit Leopold und mein Glücksmoment mit Toni. Was ist da so besonders an diesen Seifen? Also die Webseite und den Shop von der Verena findest du unter mein-glücksmoment.at und da gibt es naturbelassene Seifen, ganz, ganz tolle, unparfümiert und biologisch abbaubar natürlich. Kein Mikroplastik sowieso und ohne Palmöl, versteht sich auch. Meist werden Bioöle und zwar heimische Bioöle verwendet. Ich liebe das, wenn die Seifen naturbelassend duften. Einige Seifen sind rein vegan, einige sind mit Lanolin und natürlich sind keine Farbstoffe, keine Konservierungsmittel drin enthalten und sie sind parfümfrei, also unparfümiert. Das heißt, alle Leute, die empfindlich auf diese Dinge reagieren, sind mit diesen Seifen, die übrigens liebevollst verpackt sind, einzeln verpackt, händisch in Papier verpackt. Die Verena 7 Handel stellt die her in Eichgraben, also in Niederösterreich und versucht auch möglichst viele Inhaltsstoffe aus heimischer Produktion zu kriegen. Und ich habe mir bestellt die Troni, das ist diese, das ist eine Sohleseife mit pflegender Bio-Kakaobutter und Bio-Rizinusöl und die ist ganz toll für empfindliche Haut, die ist auch 20% überfettet, das heißt, die sind rückfettend, machen eine tolle Haut, fühlen sich auch ganz super an. Und die Leopold ist, die musste ich natürlich nehmen, denn die ist mit heimischem Schaffett, mit heimischem Schäfchenfett und mit Vitamin E und Bio-Sonnenblumenöl, Bio-Rapsöl und Distelöl und ich habe die natürlich schon ausprobiert, ich musste die natürlich da schon, und die sind wirklich, man fühlt es auch schon, wenn man sie angreift, dass die so ein bisschen gut überfettet sind und ja, ich kann euch die nur wärmstens ans Herz legen, ich freue mich immer, wenn sich unsere Schäfchen oder einige unserer Schäfchen selbstständig machen, das ist, naja, ich bin es jetzt so, solange ich denken kann, selbstständig, das ist immer ein spannendes Unterfangen und ich kenne sehr viele Schäfchen, die ausgesprochen erfolgreich mit ihren Ideen oder mit ihren Produkten am Markt sind. Also, schaut euch um in Verenas Seifenshop mit ihren wunderbaren Glücksmomenten, die Website verlinke ich unter diesem Video. Viel Erfolg, liebe Verena, ich freue mich für ein weiteres selbstständiges Schäfchen.